Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5 im Corp mit Sascha und Hank Da macht er sein Yoga, Alter Komm, mach den herabschauenden Hund, wir müssen ja deinen Arsch gesehen haben, heißt es Hör auf damit Eieiei Eieiei, Alter Was für eine heroische Sterbe-Animation Mann, ich wollte mir doch seinen herabschauenden Hund angucken Okay, dann warten wir nochmal kurz Macht das nochmal? Ich wage es zu bezweifeln Warum hat er sich hingewiesen? Geh mal kalt duschen, Mann Oh Scheiße, du musst mir helfen Dein Arm Hast du's? Hast du's gesehen? Schrei rum So jetzt rede über die Reden, nicht bedrohen Du und ich, wir palavraern jetzt meine Worte Du bist so einfach Also so, ähm, ist das zu fassen? Diese Spliss breitet sich in der ganzen Gegend aus Meine Güte Du hast mich geschlagen Sei froh, dass ich Sticky genommen hab, ja? Ich muss mit ihm alleine reden, geh bitte weg Jetzt rede mit ihm Ich kann nicht hab ich den Fuß aufgestanden,何? Da steht Konflikt Oooooooh Jetzt kann ich hinbreden Naja, jedenfalls ist das zu fassen Geh mal bitte weg. Danke. Ja, kann sein. Als ob ich sterbe und tue nicht. Du hast auch gewartet, oder? Natürlich. Du wusstest, dass ich das mache? Ne, das wusste ich nicht. Ich wollte ihm nur seine Quests zu Ende erzählen lassen. Ich überspringe es jetzt. Dann wäre es in Ordnung für mich. Nein! Wie die alle? Nur ich nicht. Ich werde einfach stehen. Das ist hochinfältig. Hey! Wieso hebt ihr diesen wieder auf? Wie er da liegt. Ich will auch, ich will auch, ich will auch. Ja, komm mit. Nein, nein. Nein. Okay. Das ist ja. Ja, ich habe die direkte Steuerung von dem Ding vergessen. Ja, natürlich entferne ich mich zu weit von meinem Kopf. Alter, ich bin hinter dir. Ja, ja. Ja. Angriff! Oh, oh! Du! Oh fuck, da war ein Baum. Oh! Wieso Achtung? Oh, das Leertaste gedrückt lassen für den Fallschirm. Ja. Ja, hoppala. Oh Mann ey. Upsi Ich bin leider an der Baumkuppe hängen geblieben An so einer kleinen Spitze That was bad Wir kriegen aber auch nicht eine professionelle Folge hin Irgendwie nicht Hey du bist bei mir drin Ja Wo ist denn die? Wo ist die denn? Direkt unter uns glaube ich Okay Pass du auf mich Was? Wo einer? Hast du meinen Move gesehen? Aua Was kommt da alles an? Ich bin am Kämpfen Du bist am Boden Und ich bin in der Luft Ja Sind sie denn? Wo kommt denn noch was? Oben auf dem Dock Okay ist down Oh warte mal ich muss kurz nachhören Oh 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 Alles easy Geht auch wieder was Hä? Wo? Ja da was zieht mich Da unten Alter was tödelt mich denn da? Holy shit Can you please not? Oh lol Haha 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 Ich habe ein GPS-Signal Oh echt Ich habe die Boote tracken Jetzt musst du in die Luft Und dem Signal folgen Direkt neben der Tankstelle ist dein Helikopterlandeplatz Schnapp dir da alles Und geh in die Vogelperspektive Was hast du da gemacht? Haha Gelandet Äh Ich wollte ganz kurz mein Fahrzeug reparieren Und meinst du soll denn Helion benutzen? Ja du nimmst ein Helion Und ich fliege hier mit Ja weil ich mit dem Heli garantierter daherkomme Ich flieg langsam Achso OH ALTER! Sascha bitte nicht, wenn du das bist. Hä? Ich bin am Heli-Ding. Bin tot. Das freu ich nicht. Oh man, ich wollt grad wieder losfliegen. Ist zackt. Du willst mich nicht, oder doch? Ja doch, komm doch. Flugzeug! Jetzt schieß doch mal ab, du Mongo! Das steht in der Beschreibung, du kannst das. Was ist da schon wieder explodiert? Entschuldigung. Flieg, flieg, flieg! Hey, hier, Hank kommt noch mit. Okay, ich hoffe Hank ist drin. Ja, ist er. Ich hab'n Luftabwehr-MG dabei, also wir können einfach wegen ihn schießen. Der Heli ist halt komplett im Arsch von dem einen nicht. Dann dreh dich zum Flugzeug, dann kann ich es abschießen. Ach, was? Sieh's leider nicht. Oh, warte mal, wir müssen raus. Raus, 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 raus. Hm. Ich hab' mein Bestes gegeben, aber er soll nicht sterben. Ja, aber jetzt brauchen wir irgendwie ein Wegelchen. Zwei Kilometer werden sonst ganz schön weit. Nein, äh, weit. Wie ist das mit'n Flugzeug? Warum krieg' ich... Oh, leide, weil ich ein Trottel bin. Das hätt' ich dir auch sagen können, aber was war die Frage? Ah, 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 ah! Ich schieß mit meinem LMG die ganze Zeit mit Potzabbrechen in der Muni. Nicht mit normaler. Ich kann wundern, dass die so teuer ist. Wow. GG. Ne? Ach Gott, ey. Ich hab' doch keinen Bock den ganzen Weg jetzt zu Fuß zu gehen. Können wir eine Schnellreise irgendwohin machen? Wir könnten zu Lorna's Truck stoppen eine Schnellreise machen. Was? Oh. Links vom Ding ins Küchen. Jo. So. So, jetzt krieg' ich bestimmt auch wieder mehr Munition hier, ne? Ja? Ja, natürlich. Wir geben unser ganzes Geld nur für LMG-U. Worth it. Die Musik. Wie ist'n der Weg dahin? War einfach. Ja, ich muss wissen, ob rechts oder links. Oh. Pfff. Ups. Alter, Junge, ey. Haaa! Compostor Gericht. Da, da ist ein Flugzeug hinter uns. Ja. Wenn man im Vollgas ist, ja? Schneller geht das Ding hier nicht. Das ist toll. Ich hatte längere Zeit schwarzes Bild in meiner Aufnahme. Aber jetzt ist es wieder auf jeden Fall wieder da. Woh shit. Warte mal, wir sollen nicht folgen. Ja. Das wird jetzt interessant. In welcher Distanz darf ich den folgen? Nein, noch Vollgas. Ich bin ganz schön schnell. Vollgas. Ja, ich gebe ja Stulle. Da ist ein Flugzeug über uns. Ja. Aber ich werde eine Bombe werfen. Oh. Oh. Alter, das sind die Bote schnell. Ich komme nicht hinterher. Ich glaube, wir werden die Quests gleich verloren haben. Ne, okay. Gas, 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 Gas. Ja, ich gebe mir so viel Stulle, wie ich kann. Ich glaube, hier ist es. Wasser, Gas. Ja, hier ist statt das Tier zu sein. Ähm. Was? Was hast du denn gemacht? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Aber wir sollen einem folgen, der hier einfach so im Wasser rumhockt. Nein, da hinten. 160 Meter. Wie? Wie? Bei mir steht... Alles klar, da ist schon wieder richtig guter Netcode gerade. Oh, Alter. Weil ich soll nicht dahin, wo du hingehst. Ach, jetzt auf einmal. Noch 200 Meter weiter. Ja, jetzt habe ich den Punkt da auf wieder. Aber immerhin haben wir... Oh, oh. Oh, ich bin tot. Oh, Mann. Ich bin beim Sterben die Brücke runtergefallen. Ja, das ist natürlich an Lucky, habe ich gehört. Das ist für mich das geil, ey. Sterb! Bald stirbst du. Bitte geh in so eine tragbare Flacke oder so. Ja, sicher nicht. Das wäre geil. Junge, jetzt haust du doch nicht ab. Komm her. Ja, warte, ich lade nochmal nach kurz. Der ist rausgesprungen. Wir haben ihn. Oh, oh. Bitte, ich habe jetzt auch... Bitte, ich habe jetzt auch... Da war ein Gefangler, du voll Trottel. Nein, der sollte zerstört werden, Alter. Guck doch mal oben in der Mitte. Trottel. Mann, Mann, Mann. Wir müssen auch noch Drogenboote hier zerstören. Blizz-Container sehen. Grün wie Grünkohl-Smoothies. Nicht wie Avocado. Man erkennt den Unterschied daran, dass... Oh, ja. Jo, ich weiß, du bist schon drin. Aber ich hatte einen Hirnflash. Das war früher eine Mine. Die werden da ohne Ende C4 und anderen Sprengstoff haben. Ideal, um Blizz-Container in die Luft zu jagen, oder? Hallo. Alter, Junge. Warum tust du das? Du meinst, du schadest mir. Aber du wirst nicht, du schadest immer dir selbst. Oh, warte mal. Ich werfe nur noch mit normalen Granaten. Oh, Leute, was kommt da alles an? Wir haben es auf das Blizz abgesehen. Einiges. Aua. Nee, lass das mal. So, dein letzter Container ist bei dir irgendwo. Okay. Du kannst die Blizzwolken von hier sehen. Giftige Freiheit in Reinform. Eddie hatte recht mit dir. Ein 10-Gallonen-Hut mit Sporen. Könnte ein 6-Ding sein. Das weiß man bei Eddie nie so genau. Egal, bis später. Oha. Entschuldigung. Oh, Tulip. Warte, was? Du hast den Heli freigeschaltet? Ja. Ja, sicherlich. Das ist Bullshit, ey. Darf ich endlich auch mal Helikopter fliegen? Wow. Weil ich mich für die beim nächsten Mal dranhängen. Was fehlt uns denn? Sekten aus den Posten oder zerstörtes Eigentum der Sekte? Wir müssen noch ein bisschen was machen, damit Faith nochmal kommt. Okay. So, wo finden wir denn mal was? Welcome to Holland Valley. Hier verlassen wir das Gebiet von Faith. Ja. Ja. Wir brauchen ein Auto. Scheiße. Da, da, da. Da ist ein Tier. Idyse Bear. Ja, kam fast an, mein Freund. Ja, scheiß drauf. Da kommt noch einer. Die kämpfen. Ne, Moment. Der ist vorbeigerannt. Willst du eine Schnellreise machen? Ja. Wenn du einen Punkt hast. Mach. Machen wir. Ja, genau. Da fangen die Sekten aus den Posten. Das klingt auch gut. Reisen wir da zum Truckstop. Ja. Ach. Noch ein bisschen Money. Ja. 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 Ich weiß nicht, was du meinst. Willst du ein Rennen? Arschloch. Der schießt? Ja. So, geht es nicht mehr. Arschloch. Ha. Sascha. Vielleicht erst mal das MG durch. Was muss das muss? Oh. Mensch. War gar nicht in Absicht. Geparkt, oder? Als wenn es gewollt gewesen wäre. Auf jeden Fall. Der F-Schmerf, sage ich immer, oder? Ja. Oh, wow. Warum denn schon wieder ein Flugzeug? Eieiei. 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 Oh, warum stehst du denn neben mir wieder auf? Oh, warum? Oh, wow. Ist das schon überall die ganze Farm? Weiß ich nicht. Bitte hilf euch von besten Herren. Es brennt einfach alles. Guck dir das an! Fertig? Jetzt! Du wurdest entdeckt. Irgendwo ist auch einer. Ich will einfach nochmal. Der andere wurde entdeckt. Ja, aber den habe ich. Da kommt noch was aus dem Osten. Oh nein! Oh warte, ich muss nachladen. Nein, lass es mal! Aua! Easy. Erstmal einen Bollotruff werfen. Ja. Because why not? Das nächste, dass ich schon alle abgebrannt habe. Ach, jetzt machst du das auf einmal? Ähm. Aha. Also ich habe, also ich sage es so. Das ursprüngliche Feuer war nicht von mir. Aber dann hast du schon gebrannt, das habe ich mitgenommen. Ich hatte auf ein explosives Fass geschossen und dann ist hier Party gewesen. Das ist eine ziemlich alte rotische Anlage. Und dann kam Edens Gate und verwandelte alles in ein einziges Horrorhaus. Aber wenigstens kann die Sekte hier keine Drogen mehr herstellen. Danke Rookie. Bitte sehr. Wir brauchen aber noch einen Spot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sascha, du weißt doch ganz genau, dass ich... Ohne Witz! Das war lustig. Ja. Easy. Was? Wo? Was? Was machst du denn? Hä? What? Einfach mal auf dem. Ne, ich war von hier. Schade. Ich hatte gehofft, ich explodiert jetzt. Lass mal da mitfahren. Ja, aber... Ach ne, warte mal. Wir haben sogar noch ein paar Minuten. Wo wird es denn als nächstes hin? Äh... Äh... Wir mussten irgendwie so ein Zerstörungs-Ding mal finden. Da! Hab eins. Markiert, da. Wo? Sehe ich nicht. Hey, Skandalenbuch. Boot. Naja. Ja. Wollen wir hier mit? Okay. Komm, das machen wir die Folge noch. Okay. Bitte brauch keinen Unfall. Halt! Junge! Nein! Dass du mich dann überhaupt fahren lässt. Ich bin... Ja, das ist witziger. Was kommt? Ich bin das Luftabwehr geschützt, ja? Alles klar. Alles klar. Hier, zerstören wir das Ding hier. Oh! Oh! Ha! Opfer! Ähm... 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 Als ob du noch... Ich wollte gerade sagen, als ob du noch lebst. Der ist auf meine Spur rübergekommen. Ich wollte ihm ausweichen, aber der ist rübergekommen. Ich konnte nichts machen. Ah, das ist mega witzig, ey. Das ist total der Hammer, diese Fähigkeit, ey. Bullshit, ey. Ich halt auch so, oh shit. Das sieht nicht gut aus. Gut, dass wir hier... Ach, du fährst. Wir sind da, wo wir eben gerade waren. Nein. Doch. Nicht. Das Boot ist nur woanders jetzt. Ja. So ein bisschen. Lass mal schnell reisen, tut Jaws jetzt anwesend. Ja, dann mach ich das. Mit der Abfang. So, liebe Leute. Und dann werden wir in der nächsten Folge ein Boot zerstören und eventuell den finalen Plot mit Faith erleben. Wir werden es sehen. Ich danke vielmals fürs Zusehen. Warte mal, war das deine Anmodi, ne? Ja. Ja, dann sorry. Dann mach mal. Tschüss. Ciao.